Hallo und herzlich willkommen zu Let's Rock Games. Wir haben jetzt den Punkt hier erreicht, wo wir wieder mal eine Aufgabe des Goldenen Pfad übernehmen werden. So, habe ich hier genug Munition jetzt? Passt. Ich bin ehrlich gespannt, was uns da jetzt erwartet. Wir müssen uns bestimmt wieder entscheiden, ob wir A oder B nehmen wollen. Und dann hören wir uns doch mal an, was die zu sagen haben. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kürat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer. Die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Hm, das ist schwierig. Das ist ein echt verzwickte Sachen, Alter. Also, puh. Was würdet ihr machen? Ich bin ehrlich jetzt am überlegen, oder? Wir hören uns mal an, was der noch zu sagen hat. Die alte Heususe. Okay, das haben wir jetzt gehört. Wir werden es aber noch nicht akzeptieren, weil wir wollen erst hören, was sie zuviel auf dem Verteidiger zu sagen hat. Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kürat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Verdammt, das klingt auch logisch. Aaaaaah! Es ist kompliziert. 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 Mein Name ist das. Eine, meine, mobil. Eine, meine, mobil. Tut mir leid, Süße. Ich geh zu ihm. So. Wo ging sie raus, da? was zum brandstiften du brauchst es ich habe genug glauben wir so wir nehmen wieder meine karre ja dann verlassen lieber beim letzten machen wir haben was selber abgefackelt einmal die vt-fabrik war doch klar hier unten genau oder ist doch warte mal was steht denn das 2 wd und 4 wd da an der seite das licht ist klar was ist es vier 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 eilrad oder so keine ahnung ich habe keine ahnung von autos so ich wollte dich nur retten dass du gestorben bist das ist eine falsche waffe boah der THS mit der schroth auch nehmen wir haben den sniper runtergeholt hat der jetzt mit der schroth auch runtergehauen ja klar habe ich eine sekunde für dich was denn los oh danke für die kohle wenn er nicht nötig gewesen so souverän gelöst wie immer wenn ich jetzt wüsste wo mein fahrzeug gelandet ist das wäre natürlich eine nice sache bin nur ich also nicht dass sie mir ein auto bringen so für mein auto entstanden ich habe verdammt wenig geld deswegen mache ich hier so scheiß jobs er ist einer von uns passt und weil ich so beschissen wenig geld habe habe ich keine wahl diese jobs hier zu machen oh yeah dann ist der weg weit bis dahin hoch ich habe gerade auf die korte geguckt aber die kugeln liegen noch 1a ne ich werde mal den sniper gegen die flammenwerfer ausschalten äh ausschalten austauschen so zurück auf fast ach so was ich euch vielleicht noch zeigen kann ich habe zwei einzigartige wachen freigeschalten einmal den dropper das ist so ein maschinengewehr mit schalldämpfer ist okay ist eigentlich wenn man es genau nimmt vielleicht finde ich es auf anhieb die knarre die ms 16 müsste das sein ist jetzt nicht so meine waffe muss ich ehrlich sagen und wir haben den äh predator das ist quasi die sniper die wir hier haben irgendwo die hier nur halt mit spezieller modifikation also machen mehr schaden soweit ich das jetzt gesehen habe ich hätte aber ganz gerne den flammenwerfer den da was habe ich denn für eine farbe drauf noch was hübscheres jäger ne dann lassen wir das soo flammenwerfer haben wir wuuu sieht ja gut aus so würde jetzt du bist hier jetzt dir du 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 Es ist aber schwer sich zu entscheiden welchen Pfad man gehen, man müsste eigentlich das Spiel doppelt durchspielen, aber ich denke mal man kommt immer auf das selbe Ergebnis raus. Im Endeffekt. Also Ende, also immer auf das selbe Ergebnis raus, von der Story her wie die endet. Ich denke mal ist es halt nur mit verschiedenen Aufgaben, was man zu tun hat bei den Gold und Pfad. Was man da zu erledigen hat, denke ich mal, je nachdem wie man halt wählt oder wie man halt öfters wählt. Aber Drogen finde ich nicht gut, deswegen machen wir sie kaputt. Hm. Sind das eure Prioritäten oder was? Immer wenn ich festlich im Medien gucke, sehe ich irgendwelche rotzlösigen Popstars, die vor irgendwelchen anderen Filmen anbieten. Ich bin jetzt da. Siehst du die Felder? Das ist Opium. Verbrenn alles. Die Ernte, die fertige Lieferung. Ich will, dass Pagan in seinem Palast riechen kann, wie sein Vermögen in Rauch aufgeht. Na, Bauchschmerzen? Ah ja, ok. Ich bin durchgelaufen. In diesem Fall wird den ersten Head noch. Okay. Ach, da hinten ist so ein Strom-Gamerator. So, noch jemand? Wertloser Rebell! Hält mal. Sichert die Lieferung bei der Fabrik! Du Versager! Ich kille hier alle nacheinander. Wunderbar. Heraus, was es war! Und tötet es gefälligst! Ich trete! Ich weiß nicht, irgendwo. Mist, da komm ich nicht mehr raus. Sucht weiter! Seht überall nach! Ich will wissen, was das war! Hä? Du da! Stopp! Danke. Ist der runtergefallen? Sehr geil! So, waren wir noch ein Gegner? Ich kille hier alle nacheinander mit dem Messer. Ich finde, die Messerwerfung ist geil. Ich höre zwar was, ich sehe aber nichts. Das ist wo denn? Das ist wo denn? Ich lege dich um! Ich sehe dich da! Deckung! Deckung! Scheiß, Köter, Alter. Hab dich. Dämlich ein Rotzviecher. Hab ihn. Kann ich die häuten, die Hunde? Das ist ja krass, Alter. Das ist cool. Ah, es gibt nur Fleisch, ne? Na, aber dann brauchst du es nicht. Dann macht das Kind Spaß. So, gib mal hier neue Munition. Hier muss noch irgendwo eine Küste sein. Da. Felder verbrennen und Opiumstapel zerstören. Mach mal. So, nachdem wir erstmal hier alle ausgeschalten mussten. Ich muss bloß noch gucken, wie diese blöden Stromgeneratoren waren. Wagenstromgenerator. Hier ist schon mal keiner. Doch, hier ist einer. Wartet doch mal, ich hab doch hier geiles Spielzeug halt, ne? So, hält mal. Kaputt. Das erste Feld brennt. Ja. Und wie das brennt, ey. Geile Scheiße. So, wird aufgefüllt. Aber wir wollten ja mal mit dem Flammenwerfer verwenden. Wo ist denn oder nicht? Ja. Flammenwerfer? Ja. Gut. Hätten wir drei Stück verbrannt. Okay. Hätten wir, glücklich. Hm, das geht anscheinend auch nicht so kaputt. Hey! Ist da jemand? Aber. Kappschuss! Hier müssen alle die Augen offen halten. Haltet die Augen offen, Leute. Woher? Verteilt euch und sucht. Aufpassen. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Hört, 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 hört. Aua! Schnell ins Haus! Boah, die Alter mit ihren scheiß Schrotus, Mann! Alter. hab dich pfff panna STAY UP So, jetzt, jetzt, jetzt gibt's Stress, Alter, jetzt, jetzt mach ich ihn auf, äh, Rambo 9. Hab ich. So, hab ich, so, der ist im Haus. Der ist hochgegangen, der Arsch. Und von da oben, zack. Geht doch. So, äh, die Neuen hat man gesagt, zack. Fegt mal so ein bisschen Feuer. Ja, ein bisschen Spaß muss seien. Und hier brennt alles von ganz allein. So, irgendwo noch so eine... Oh, das war mal nett. Heilen. Irgendwo noch eine Kiste sein. Hm. Muss ich auch nochmal gucken. Erstmal springen wir jetzt hier nach den zweiten... ...kollegischen weg. Und wieder Gegner? Nee. Stromgenerator. Passt. Was, das krieg ich doch durch nie? Schade. Boah, ich glaube, ich will langsam high. Was, das ist ja ganz einfach hier. Wo ist denn? Alter, ich hasse diese Kombination mit diesem Aussuchen, wo die Knoche ist, ey. Hab ich. Komm nur raus. Ich finde dich doch. Ich schieße dir mitten ins Gesicht. Ich schieße dir mitten ins Gesicht. Oh. Ich seh dich da. Rückzug! Rückzug! Mist. Jetzt werden wir ja nebengeschossen. Aber immerhin beendet. Und so gut wie alle erschossen, beziehungsweise gemessert. Da kommen einfach nur einer aus dem Hintergrund. Die Felder sind verbrannt. Ich wünschte, ich hätte sie brennen sehen. Dein Vater hat nicht nur für das Volk gekämpft, Bruder. Er versuchte auch das Land zu bewahren. Unsere Seelen sind mit dem Land und den Bergen verbunden. Das kann Amita einfach nicht verstehen. So, jetzt wird sie mich klar anrufen und mich anmeckern. Aber auf Munition erfüllt, da muss noch mal drin sein. So viel Zeit muss sein. Und tschüss. Und tschüss. Ich darf mir von der garantiert so einen übsten Anschein zu erinnern. Hey, denk doch an die Kinder. Was sollen die ohne Drogen? Muss ich jetzt nach links oder nach rechts fahren? Danke, dass ihr den Sender freies Kürat eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Kürat in Kürat in einer Fohlenwirkung und Maskenwirkung. Dies ist ein Notruf an alle Kämpfer in der näheren Umgebung. Unser Außenposten wird von der Royal Army überrannt und wir brauchen so viel Verstärkung wie möglich. Kommt schnell! Keine Zeit. Ich muss schnell. Ich würde den Arnisch machen. Verdammt, scheiße. Peter. Mal schauen, was Jimmy jetzt zu sagen hat. Ich stelle dir auf so, du bist zur Kacke. Uns gestört. Was hast du dir gedacht, AJ? Sag nein zu Drogen? Ist das etwa das? Diese Felder, die du verbrannt hast, waren nicht nur Drogen. Sie waren Bücher, sie waren Medizin. Wir hätten ein Krankenhaus bauen können. Aber nein, Sabal sagt, Drogen sind schlecht und du wackelst einfach unsere ganze Zukunft. Ich glaube nicht, dass... Oh, verzeih. Hatte ich kein Recht zu reden? Sollte ich mein Haupt beugen und hinter dir herlaufen? Du kanntest ja das Kürat vor dem Krieg nicht. Ich war sechs, als meine Eltern mir sagten, dass ich heiraten soll. Sechs! Das ist die Welt, die Sabal vorschwebt. Ich sag nur... Hör zu, Sabal ist nicht wirklich, was er vorgibt zu sein. Wenn er so um seine Tradition besorgt ist, warum bat er dich nicht, die Statuen von Kürer zu schützen? Die was? Die Statuen von Kürer. Paul versucht sie zu zerstören. Als Teil seines Plans, das Volk gegen den goldenen Pfad aufzubringen. Das ist das Letzte, was wir brauchen können. Alter, sie hat echt geschafft, mir ein schlechtes Gewissen einzureden eigentlich. Wenn man es mal genau nimmt. Ist das fies. Sie hat ja recht, aber der andere hat auch recht. Das ist so unfair. Wir müssen Peter recht haben. Das ist eine echt schwierige Entscheidung, ey. So, ich würde sagen, wir werden uns auf jeden Fall diese Aufgabe holen. Aber da die Zeit schon doch relativ weit zurückgeschritten ist und ich denke mal, die Aufgabe bestimmt nicht so einfach wird, werden wir erst mal den Sieger da töten. Und danach machen wir eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder hier bei Far Cry 4. Und dann retten wir da oben die Statuen, denke ich mal. Also, bis dahin.